ich bin morgen nicht beim kampf der leute ich weiß nicht tiktok gibt mal tiktok ein tiktok rtl oder so ich habe nur spaß gemacht aber du bist krank ich war am essen das hat dich gekränkt habe ich gesehen was du hast mich gekränkt danke ich habe spaß gemacht soll ich stehen bleiben oder was nein aber so du machst so wirst du hier würde ich mit der action machen sagen ich wünschte du wirst einmal neben mir was ist mein traum wala maya wir sagen im leben nie mehr zu zu reden ich würde schmelzen ich würde kaputt gehen Ja, doch. Herkes öyle diyor. Kardan schön, Kartal, kesene bereket. Paralo, was ist tu? He? Was ist tu? Oo, lecker. Die schmeckt aber wirklich gut. Weißt du? Wer präsentierst du? Du meinst, weil ich komme, oder? Wie meinst du? Boah, sognant. Droto, du Irma. Sanem? Ja. Droto, danke. Warte. Andere kameran. Droto, bin dir gefolgt. Ja, warte, Luzak. Du bist so süß, ja? Nee. Ich weiß nicht mehr. Ich habe Interesse an dir. Maya. Genau, Maya. Ja. Ja, ich weiß. Hm? Ich weiß was. Boah. Ich weiß es einfach. Und gehst du dahin, Maralo, zum Kampf? Ja, oder nicht? Versuch. Achso. Achso. Wollen wir uns dort traten? Ich kann leider nicht. Ich komme leider nicht. Ich muss, äh... Ich fahre weg. Deswegen. Warum? Ja, äh... Ich muss... Also, Ausflug. Ich habe einen kleinen Ausflug, den ich machen muss. Ich will mir Zahnen im Ausflug machen. Mach mit Osman. Ich habe ihn gestummt. Der hat gerade gerufen, Wallah. Wallah, ich habe ihn auch gestummt, seitdem wir allein sind. Nado, Dankeschön. Du, Mann. Du, Mann. Deine Wot haben gewischt bei mir, Wallah. Ich will nur Düşün und nicht die anderen. Ja, Dürütte. Ja, dann danke schön. Ne geh mich? Wollah, Sanem gegen Maja kämpfen wäre so lustig. Ich würde, glaube ich, eine Woche mich kaputt machen. Oh, ich habe so einen Muskelkater. Alter, ich brauche jetzt unbedingt eine Massage hier an meinen Schultern. Wo? In der Arme. Wenn ich dir eine Massage gebe, wirst du nicht mehr laufen können. Meinst du? Ey, ich glaube sogar, dass du gut massieren kannst. Das glaube ich sogar. Ich war masseur. Maja, der meint eigentlich was anderes, du weißt, oder? Was denn? Wie redest du? Nein, der Barello meint was anderes. Was meine ich denn? Bei Barello immer zweideutig gerne. Achmed, danke schön. Was meint er denn? Wollah, Eip ist das, was du sagst. Barello, ich bin doch zu dem, was du sagst. Achmed, danke schön. Danke, Freuden, Leute. Ja, aber guck mal, der sagt die ganze Tippe, 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 Tippe. Maler, ich habe Musik gemacht. Danke, Ruta. Ich bin doch ein Schäßöl, ja, los, Mann. Tippe, 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 Tippe. Maja. Droht so, danke, ja? Soll ich, und soll ich dann was öbern? Ja, komm. Wenn du vernünftig deine Arbeit machst, dann ja. Ich war nur bei Sanem vernünftig. Hallo. Oh, danke schön. Ich grüße, ja, danke. Lass uns an ihm. Ich glaube, du konntest deine Energie heute nicht so raus, äh, Dings machen wie gestern. Ja, guck mal, gestern, du warst so schön ruhig. Jo, danke schön. Man konnte reden. Heute, du bist wieder so auf diese freche Schiene. Weißt du warum? Nein. Danke. Weil, weil du vorhin mich rausgekickt hast und nicht mehr angenommen. Ja, ich hab dich gekickt, weil du gesagt hast, ich bin zu dir gekommen, weil ich keine andere Wahl hab. Junge, wenn du keinen Spaß machen, wir sind Freunde, Alter, wir dürfen... Was ist Spaß? Wolle, es war Spaß. Wolle, es war kein Spaß. Bei dir ist jeder schlafen, deswegen. Bei Alain nein. Bei Alain nein. Bei Alain nein. Bei Malik, okodum, jeter amunakoyim, ja? Hä, ich hatte Maya da, ich könnte Maya einladen. Wolle, ich habe Maya nicht eingeladen. Ich bin malig, aber bist du malig, ne? Maya, ich mag dich, aber Allah, denk nicht falsch. Aber ich meinte, du warst auch offen, ich könnte dich einladen, ich habe einfach Sanja mein geladen. Ich habe Spaß gemacht, ich meinte, du bist meine letzte Wahl und die hat das gut gemacht. Junge, Parello, Alter, du musst mich verletzen. Junge, wie das einfach so raushaut. Junge, auch wenn du meine letzte Wahl sein willst, ne? Ich bin trotzdemОn du, denn du wärst nur meine erste. Junge, auch wenn du meine letzte Wahl sein willst. Jörg Hörg 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 Wenn ich dich anschaue, ich habe Angst. Weißt du warum? Nein, warum? Weil so werde ich auch enden. So Single. 31. Du gibst mir diese Angstgefühle, diese Paranoia. Ich glaube, das ist ein schönes Gefühl. Ist doch viel besser, als mit einer falschen Person zu sein, oder? Was denn? Und was machst du eigentlich? Der hat Angst, dass er mit 31 wie ich nicht verheiratet ist. Nein. Ich habe Angst, dass ich mit 31 immer noch meine Hände benutzen muss. Deine Hände wirst du so oder so immer benutzen müssen. Wie meinen Sie das, Sanne? Was meinen Sie? Das hast du echt gut gemacht. Maja, was meinst du genau? Ja, was meinst du denn genau? Ja, wie ist das gemein bei dir? Also... Ja, wie meinst du das denn mit 31, du hast eigentlich seine Hände zu benutzen? Ja, also dass ich mit 31 wie Sanem Hände so, weißt du? Das ist kein gutes Ende. Ach so. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr, Wallah. Egal. Was, Wallah, Sanem, ich mag dich, weil Allah... Sanem, Sanem, ich verstehe? Hä? Ich komme gar nicht... Kommst du mit? Ich komme nicht hinterher. Ich... Ich schicke gerade gar nichts. Sanem, mein Herz. Wallah, nimm das nicht übel. Wallah, ich mag ein bisschen Spaß, weil ich müde bin. Leute, nein! Wende, Osman, gib ihm Schuhe an. Nein! Ja, jetzt habe ich es verstanden. Droto, danke schön. Leute, guckt auf die Uhr. Guckt mal, es ist 4 Uhr, ja? Ich gehe mit dir zu zweit. Macht zusammen ein Match. Okay. Nimm, nimm Dings. Osman, geh zu Kolumbis. Schick. Lass mich mit Maja. Maja, mein Herz. Tschau. Tschau Maja, mach gut, tschau. Tiktok, ja? Hm. Tiktok, ja? Tiktok, ja? Tiktok, ja? Tiktok, ja? Tiktok, ja? Tschau. Tiktok, teenager términos! Tiktok, nimm mein Herzh750, ja? Was heißt das? Leute, könnt ihr mir das bitte übersetzen, das ist ja nett. Ja, wie gesagt. Ja, okay, egal, ich frag nichts mehr, alles gut. Hier stehen jetzt tausend Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht. Mio, Wollawila, wenn dir was im Herzen liegt und du denkst, ich hab was Falsches mal gesagt, Wallah, schreib mir privat, blockier mich, beleidig mich. Wer? Ja, du. Nö, du hast noch nichts gemacht, du bist doch nett zu mir. Wallah, ich bin immer nett zu dir und ich werde immer nett zu dir sein. Du bist eine korrekte Frau. Dankeschön. Ich finde dich auch korrekt. Ja, Wallah. Ja, Wallah. Warum findest du mich korrekt? Bei welcher Hinsicht? Ja, generell, so deine Art einfach auch. Du bist nett. Oder ich bin nicht nett. Doch, bist du. Du bist doch, du bist ehrlich in Ordnung. Du machst zwar manchmal so ein bisschen Mist hier, aber sonst bist du ein korrekter. Danke für Rose. Der Rose schickt bloß nichts weg. Denkst du, wir schaffen das? Was schaffen wir? Ja. Rose schickt rein. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.